Moin zusammen und herzlich willkommen zu meinem Video Segelkurs. In diesem Video erkläre ich dir welche Regel gilt, wenn die Gefahr eines Zusammenstoßes zwischen zwei Segelbooten besteht, die den Wind von der gleichen Seite haben. Alles was ich dir in diesem Video zeige findest du auch in meinem Buch Segeln lernen mit Captain Cellnator. Da beschreibe ich dir alles ganz genau Schritt für Schritt und erkläre noch ein paar Tipps und Tricks die ich hier im Video leider nicht zeigen kann. Einen Link zum Buch findest du in der Videobeschreibung. Vorweg noch die Info, ich erkläre hier die Regeln die meistens gelten, wenn nichts anderes gilt. Also, bevor du die Leinen los machst, informiere dich unbedingt über die Regeln, die auf dem Gewässer gelten, auf dem du gerade segeln willst. Also, es begegnen sich hier zwei Boote mit Wind von der gleichen Seite und es besteht die Gefahr eines Zusammenstoßes. Wie wir ja schon im vorherigen Video gelernt haben, muss jetzt einer ausweichen und der andere Kurs halten. Jetzt ist also die Frage, wer von beiden muss Kurs halten und wer muss ausweichen? Die Regel für diesen Fall lautet, der Luf-Wertige muss dem Leh-Wertigen ausweichen. Wenn der Wind jetzt von hier kommt, wer ist der Luf-Wertige und wer ist der Leh-Wertige? Schauen wir mal nach, hier ist die Wind zugewandte Seite des blauen Bootes und hier ist die Wind abgewandte Seite des blauen Bootes. Also ist hier Luf und hier Leh. Hier ist die Luf-Wertige Seite des roten Bootes und hier die Leh-Wertige. So, jetzt ist hier wie gesagt Luf von dem blauen Boot und somit befindet sich das rote Boot in Luf von dem blauen Boot. Also muss nach der Regel das rote Boot ausweichen. Jetzt ist allerdings die Frage, wie macht es das? Wie kann es hier ausweichen? Auf gar keinen Fall soll man versuchen noch schnell vor dem anderen Boot vorher zu kommen. Das geht meistens schief. Wenn es schon so knapp ist wie hier, dann bietet es sich an mit einer Wende auszuweichen. Wenn der Abstand noch groß genug ist, kann er versuchen das Tempo zu drosseln. Er macht dafür zum Beispiel das Segel auf und fährt ein bisschen langsamer und dann kommt er vielleicht hinter dem anderen Boot her, ohne den Kurs ändern zu müssen. Ja, sonst muss er halt abfallen, dafür die Segel vieren und hinter dem anderen durchfahren und dann seinen Kurs fortsetzen. Wie gesagt, das blaue Boot muss die ganze Zeit Kurs und Geschwindigkeit beibehalten. Um jetzt möglichst wenig Zeit und Raum zu verlieren, gibt es einen Trick und zwar muss man mit seinem Bug auf das Heck des Gegners zu halten, dann kommt man auf jeden Fall daran vorbei. Also, er zeigt mit seinem Bug in Richtung Heck des Gegners, der bewegt sich weiter und der Bug folgt weiter dem Heck und so kommt das rote Boot dann hinter dem blauen durch. Das muss aber für den Kurshalter ganz deutlich zu erkennen sein. Denn das Ausweichmanöver muss rechtzeitig, klar erkennbar und entschlossen durchgeführt werden. Das muss man immer bedenken. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob du es auch verstanden hast, was ich hier erzählt habe. Halt mal kurz das Video an und überleg dir, wer ist hier Kurshalter und wer muss ausweichen. Ganz genau, hier ist die Luftseite des blauen Bootes, da ist das rote Boot und das rote Boot befindet sich in Luft des blauen Bootes und deshalb ist es ausweichpflichtig. So, neue Situation, wieder begegnen sich zwei Segelboote und es besteht die Gefahr eines Zusammenstoßes. Wer ist hier Kurshalterpflichtig und wer ist ausweichpflichtig? Einmal kurz das Video anhalten und überlegen. Richtig, dies hier ist die Luftseite des roten Bootes, der Wind kommt von da, das ist die dem Wind zugewandte Seite und das blaue Boot befindet sich in Luft von dem roten Boot, also muss das blaue Boot ausweichen. Das rote Boot muss Kurs und Geschwindigkeit beibehalten. Ja, wie ist die Situation jetzt? Wer ist Kurshalterpflichtig und wer muss ausweichen? Wieder mal kurz das Video anhalten und überlegen. Dann wollen wir mal gucken. Hier ist die Luftseite des roten Bootes und das blaue Boot befindet sich damit in Luft des roten Bootes. Jetzt könnte man meinen, das blaue Boot muss ausweichen, aber was ist jetzt anders als bei den vorherigen Bildern? Die Boote haben den Wind von unterschiedlichen Seiten. Der rote hat den Wind von Backbord und der blaue hat den Wind von Steuerbord. Also, was gilt jetzt? Überlegt nochmal, wer ist ausweichpflichtig und wer ist Kurshalterpflichtig? Genau, wer den Wind von Backbord hat, muss dem, der den Wind von Steuerbord hat, ausweichen. Das rote Boot hat den Wind von Backbord, also muss es ausweichen. Die Regel war, Segel links bringt's. Schau dir dazu nochmal das vorherige Video an. Das war jetzt mein Video zu der Regel für den Fall, dass sich zwei Segelboote mit Wind von der gleichen Seite treffen und die Gefahr eines Zusammenstoßes besteht. Im nächsten Video erkläre ich dann, was gilt, wenn sich zwei Boote überholen. Alles, was ich dir in diesem Video gezeigt habe, findest du auch in meinem Buch Segeln lernen mit Captain Selenator. Dort beschreibe ich alles ganz genau und Schritt für Schritt und erkläre noch ein paar Tipps und Tricks, die ich hier im Video leider nicht zeigen konnte. Wenn du noch Fragen hast, schreib einfach einen Kommentar unter das Video. Ich werde versuchen sie zu beantworten, aber wie gesagt, es steht alles ganz genau in meinem Buch. Im nächsten Video erkläre ich dir dann die Ausweichregeln Teil 3. Einen Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm doch einen Daumen nach oben und abonniere bitte den Kanal, damit du das nächste Video nicht verpasst. Einen Link zu meinem Buch findest du unten in der Videobeschreibung. Es ist so geschrieben, dass du dich mit jedem Kapitel auf deine nächste Segelstunde vorbereiten kannst und danach nochmal alles wiederholen kannst. Das Buch gibt es übrigens auch als E-Book und Buch und E-Book sind super dafür geeignet, sich auf einen Segelkurs vorzubereiten und auch während des Kurses nachzulesen, was man gerade gemacht hat. Es ist praxisnah geschrieben und ich denke, dein Segellehrer wird alles ganz ähnlich erklären und mit dem Buch wirst du es besser und schneller verstehen und kannst dann schneller Segeln lernen. Einen Link zum Buch findest du in der Videobeschreibung. Ich bringe das Buch im Selbstverlag heraus und würde mich freuen, wenn du es dir kaufst und mich als unabhängigen Autor damit unterstützt. Vielen Dank! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020